Der zweite Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche ist dieses Schmucksteck hier. Der zweite Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche ist das Schmucksteck. Der zweite Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche ist das Schmucksteck. Der zweite Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche ist das Schmucksteck. Der zweite Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche ist das Schmucksteck.